ja und willkommen mein name ist dann ihre lp und ich begrüße euch zuletzt bester war in der letzten folge haben wir uns einem bosskampf mit rabies geliefert welcher ganze im ganzen part hier eingenommen hat aber nach einer stunde waren wir siegreich und ja wir können hier von diesem planet wieder weg von diesem zerstörten mond meine ich und ja aber hier sind noch einige sachen und jetzt aufgefahren man kann nicht viel drücken und dann sieht man sogar wird man hier fehlt mir fehlt nur eine truhe das sehe ich sogar weil ihr nur angezeigt hat nur eine sache in der datenbank das ist gut dann kann ich wenigstens sehen was genau mehr fehlen noch was ich irgendwie so die augen aufhalten muss mir fehlen dann immer irgendwie irgendwelche sachen die ich nicht analysiert habe ist klar bevor wir natürlich heruntergehen machen wir noch hier die gegend ein unsicher und suchen noch alles zum mögliche was uns hier noch fehlt zum beispiel hier diese diese truhe die lagen gezeigt wird auf meiner karte erwarten aber nicht gehackt oder ich bin grad kämpfen ja da ist hier soweit genau die habe ich mal anscheinend habe ich da mal aktiviert irgendwann aber ist das ding da das ding habe ich aktiviert habe ich im letzten part aktiviert stimmt so eine datenbank fehlt mir natürlich ist jetzt natürlich sehr praktisch ich habe keine ahnung wo die sein könnte und ich bin jetzt hier ganz bestimmt durch die gegend bis ich das finde muss ich wahrscheinlich irgendwo vorbeilaufen damit hier bd was kennen kann oder ich irgendwie hat finden kann zum berühren also ich bin ja mitten im training nach dem boss kampf welcher nicht mal eine stunde ich mache fünf minuten ja er ist seit der letzten 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 paar teil also ich bin ja gerade vor meine güte trotz der probleme ich brauche ich habe keine bock gegen euch zu kämpfen nicht gegen euch kämpfen muss auch noch mein level ab hier noch abholen aber mein gott gehen wir jetzt nicht auf nerven sah ich weiß natürlich nicht wo die letzte datenbank ding ins essen aber was soll ich machen hier fehlt mir auch eine datenbank die welcher wahrscheinlich auch screen mal suchen ich dann reinschalten wenn ich die gefunden habe hier ist ein stim upgrade da hätte ich gerne aber erst mal gucken wie ich hier komme da ist noch ein machtriss ich glaube den hatte ich auch noch nicht wie komme ich hier hin und hier aus na das ist automatisierte fertig ich glaube ich bekomme irgendwas irgendwie sagt irgendwie so dateneinträge sind oder so ne so wie mit den truhen aber wenn nicht dann könnte er ganz schön lange dauern irgendwann mit denen erkunden ja das noch mal ich weiß nicht mehr was dieser machtriss noch mal war das später der ausdauer ich höre mir erstmal den stimmen noch ab und kümmere mich um das gericht und dann können wir mal nochmal versuchen ich weiß jetzt nicht mehr da nochmal ist aber kann aber gucken versuchen kann man als natürlich schnell er wartiert wort war ich glaube ich habe da ich habe da ich kann hier hin dann komme ich auch irgendwie dahin okay elektro man ist nämlich so nervig zu zu besteigen perfekt ich mache ich lieber den weg dann wenn wir damit fertig sind werde ich wahrscheinlich noch einige andere planeten ja abscoufen einfach nur weil ich glaube wir haben jetzt schon alle möglichkeiten irgendwie um durch die gegend zu retten also wir haben jetzt dieser luftballon droiden ja freigeschalten ich glaube da war so als einzigemann noch so gefehlt hat so an so manövrieren durch diese welt irgendwie geht es hier nicht wir tun ja diese massiven mega pfütze ab ist hier nicht der machtriss ja da war eine truhe woher bekomme ich nicht schon wieder dahin gerade sagt mir das da auch hier kollege ich war ja unten hin kommt da hinten ich hasse diese karte ich weiß nicht was ich mache du sollst das dicken ab festhalten er ist auf der seite ich will denn immer sein so jeder so muss ich denn hier kann er nicht irgendwie so ein ding an dir sein dann komme ich dahin irgendwo herunter so herunter noch herunter und dann hier steht da ich hatte sie sagen ich hasse dieser karte ich kann ich ja gar nicht immer aufrufen da musst du erst mal immer gucken wo du gerade bist bist du dich dann wieder gefunden dass das schon wieder die orientierung verloren und moch kann ich sagen ich kann euch nicht sagen wie sehr ich diese karte nicht sein kann ich habe keine ahnung ich da hinkomme er sagt mir doch hier runter irgendwo muss ich ja klettern so ein orthodoxer weg ja dann hier ja nicht so erreichen kollege ich sehe das ding nicht mehr da ist das hier richtig nein heute ist nach diesem komplizierter weg ich weiß nicht wo ich gerade bin nein na wo bin ich hier gerade ich bin da vorbeiglaufen komm ich überhaupt zurück nein 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 da bin ich gekommen genau er wird keine ahnung wie stimmt das spiel ist für jemanden der null orientierung hat wie mich ne warum gehst du in die richtung da ist die ganze zeit irgendjemand so ein fahren da hier müsste er sein da war doch immer hier ist ja kommt auch definitiv für irgendwie ein kampf oder so ne wenn ich jetzt hier verlieren muss ich den ganzen weg immer hier hinrennen was machst du hier draußen sie haben mir befohlen sie zu verletzen ich bin nicht für den kampf programmiert das weiß ich zu schätzen ok ich brauche helfe das habe wirklich gebraucht und da sehe ich den stimmen upgrade aber komme ich dahin ist darüber springen ich bin auch gerade ein bisschen so eingeheizt wegen den letzten boss kampfen aber das war später als nie ne so da war hier die mission ok ich muss ja noch mal anders machen das wird mir natürlich hier so eine entschatz wird mir noch ich sehe nirgends wo ein schatz du sagst mir hier sein schatz aber hier ist nichts schatz warum ist ja nichts warum sind wir noch so viele sachen nicht auch schätze meinen wir hier in der datendisk oder irgendwie so weit ja gut aber das wird irgendwie dann irgendwann später so nachgeholt wenn ich mich so auf dem planeten so ein bisschen umschauen versuche hier alles einzusammeln aber jetzt mache ich das mal nicht aber noch um uns beiden nicht so ein bisschen zeit zu sparen so wie komme ich jetzt noch mal zu irgendeinem meditation punkt ist jetzt die frage ich hoffe irgendwann gibt es auch so weit ähnliches wie mit den schatztruhen mir irgendwie so ein gesunde radar oder irgendwie so hat ne weil sonst wird dann lange dauern sicher als habe ich werde wahrscheinlich auch nicht alles aufnehmen weil wenn es zu lange dauert dann aber aber ich werde auch nicht wissen ob es irgendwie so ein tun so ein schatz radar gibt oder irgendwie sowas ne ich tue es nur mal so hier in die in die runde werfen ja ich habe dafür da war ich irgendwie viel schneller irgendwo hingelangt ich glaube auf der rechten seite der auch vielleicht wir haben bist du schon abgesprochen ich habe doch noch ganz wir sind ja okay warum kann man da eingehen wenn da nichts ist also irgendwo war da so eine wand dann nicht laufen konnte würde ich mal anhält so eine aus nach einer aussage okay so jetzt doch mal erst mal meditation punkt und hier rausgehen kann wenn ich irgendwie an so man kann nicht diese elektro wände die ich vorhin gesehen habe ich sage mir nicht dass wir irgendwie ich glaube dass wir irgendwie voll einfach war da wäre ich viel schneller eingekommen nach oben zu gehen ist viel einfacher wenn heute hier mal hochgekehrter bin ja ich ja ich muss ja ich muss auch sehen was hier ist meine kamera gar nicht drehen ganz schön hat nicht so viel schaden gemacht das fühlt sich besser an ja wort so ich bin auch schon da man also kann ich jetzt einfach nicht darunter aber auch kann ich bitte die kamera drehen ich brauche hilfe ja was ich will doch nur darunter jetzt muss ich einen ganzen weg rumrennen habe ich jetzt den blöden meditationspunkt hinführen kann gibt es da jetzt nicht so direkt da unten ja wie war euer tag so warum wirst du schon wieder in die richtung ich habe gerade keine nerven für einen mister ich nach dem boss kam den ich ja gerade gemacht habe der puls ist auf 180 ich habe ich habe keinen nerv für sowas gerade ich wollte jetzt ja so schön irgendwie einige orte erkunden und was weiß ich nicht alles jetzt gar keinen stress machen da gehen wir an meditationspunkt bitte aber da über 20 Minuten gedacht um einst im pack dinge jetzt zu bekommen meine güte und ich kann mich nicht erinnern was dieser macht was war ich hab den glaube ich schon mal erkundet versucht keine ahnung probiert aber ich weiß es natürlich jetzt nicht mehr bekomme ich denn da ein spiel viel zu weit entfernt das ist einfach geradeaus von der konzentration und sind dort so und ich habe 10 den packs von daher wenn ich versuche das hat er müsste dann habe ich schon bock dann wieder extra hin zu rennen wir sind ein wir sind ein machtriss ich habe das nicht gewollt aber doch geradeaus ja ich würde fest tanzen was mit der ost das laboratorium das labor ist gesperrt das labor ist unzugänglich ok versteckt dich irgendwo ich habe keinen zugang ich habe es ihnen gesagt bitte lassen sie mich die raider haben diesen droiden ziemlich zugesetzt warte eine sekunde also ich kann nicht ich darf da nicht hin die wollen mich nicht lassen ich kann ich kann gerade ich nicht ja ja ich glaube da oben war ich schon mal ja ich habe ja nicht abgeschlossen sonst wäre ein häckchen und glaube ich glaube ich war da hat er irgendeine waffe glaube ich ja stimmt wir können wir können das ist wir schaffen naja da bin ich noch einmal geglitscht und sohn ich erinnere mich da bin ich mal auf ja ich habe jetzt eine schocken kommt mir sehr viel einfacher als sonst vor dem letzten mal ich will einfach hat jetzt hier oh mein gott darf mich natürlich nicht unterbrechen wenn ich versucht mich zu heilen der kollegen und ich habe schon relativ früh angefangen mich zu heilen aber ihr kam einfach so in massen ging natürlich wieder nicht mit doppelt lichtschwert hier um zu laufen ist glaube ich schon eine gute idee gewesen ich dachte geplant hätte ziemlich einfach hier wenn sie mich schlagen damit macht nämlich fertig ist klar wenn wir sind spendabler mit dem heil dingern eigentlich muss ich nur das machen wenn wir angreifen meine macht zu regenerieren hier habe ich gerade nur geschubst mit mein ding einfach nur den hier haben wir nur den ja auf dem weg noch einmal heilen wir sind alle noch verlangsam aus dem weg jetzt geht es wieder los so schwer ist das doch nicht schwierig war hat doch nicht mann aber sogar relativ chillig meine güte das hat funktioniert ein fertigkeitspunkt fähigkeitspunkt ich fühle mich nicht gut pd noch einmal das wichtige erlaub ich ne schätze ja da müssen wir der weg schon wieder vollkommen anders so ich glaube wir haben jetzt ja alles erst mal so von den wichtigen sachen jedenfalls habe ich doch einfach nach hause gehen man muss doch nicht immer alles muss doch nicht immer alles hier mit mom spongebob da also war ich nicht gelandet mit auf den füßen ich kann auch nicht einfach nur kurz nach hause gehen ist natürlich hier noch was auf den weg okay macht es haben wir erledigt wir haben die sammeln objekte welchen natürlich aus wem versuchen zu finden nur die macht falls ich überhaupt brauche man kann sie wechseln damit schwert aber eine knarre und die andere klinge ich wahrscheinlich erst mal zurücklaufen so einfach da hoch gut zerstört um uns so relativ erledigt ne mit einigen ausnahmen mit den schätzen dann gehen wir es mal hier ich habe keine ahnung was ich durchgemacht habe hast du etwa ins feuerwanzen nest gestochen das erklärt ist okay lass mich raten zurück nach kobe ja ich denke schon hey jack pack kannst du mir ja mal helfen ja mal los spürst du was in meinem kopf vorgeht so ist das letzte mal vorweg geflogen hätte ich euch immer noch nach mehr sorge sagen wir mal kursen gehen mal komm mal hier hier ist noch mal ne ich meine jetzt natürlich dasselbe problem mit den sammelobjekten ich muss natürlich weiß nicht ob ich die an ich kann ja trotzdem einmal ihren abstecher machen sie jetzt hier nichts was hier irgendwie abgesperrt ist so was er weiß ich nicht weil ich noch halbe stunde machen so eine halbe stunde jetzt ich habe da wird es jetzt nicht so bringen mal guckst du also guckst du beiden euch so an sieht überhaupt nicht mehr so aus wie die haben gar nichts zu sagen sich gleich da habe ich ja nichts story mäßiges machen du willst zurück nach kursen meins ok kursen fertig sind dann würde ich sagen gehen wir nach jahre ganz schön bin ich planeten auf diesen in diesem spiel für planeten gab es den ersten teil datum hier sind ein plan mit dem jedi tempel kaschik dann hier hat finale dann schon wurde weiß ich nicht was gab es noch egal da kursen ist ja nicht so groß das heißt wir können ja mal kurz durch rennen fehlen wir noch ein schatz natürlich und eine truhe ein schatz du willst das hier mit mir machen okay aber bloß nicht dass ich auch mich sitzen dass ich habe meine verlangsamung lange nicht ich bin mir nicht sicher wie man die sonst hier er so erledigen kann so ohne probleme geht es mal meditieren danke ich würde ihn gerne erledigen wenn es geht aber der haut wahrscheinlich spiel voll schnell ab ich glaube ich glaube man kann sich an die anschleichen wo wir wo hast du euch übrigens gerade eingebottelt so ein mandat erlegt dann haben wir noch die schadze oder man hat gebiet erledigt wo haben die sich überhaupt eingebottelt ich weiß dann habe ich gerade schon gefahren aber es mir kann es auch weil ja ja was geht ich war noch ein paar punkte hat nichts dagegen oder ja heute ich mal gegenseitig verbrannt hier war glaube ich zum schild ne man hat ja schon immer so viele leute ganz schön viele gegner ja hallo komme ich hier weg da warum sind denn hier so viele gegner haben wir noch nie im leben vorher so viele gegner da 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 war da ich bin natürlich erst mal aufs klark was gedenk dagegen zu tun habe ich mir gedacht war zum zu eins von diesen typen man hat so eine eigene lebensleiste ich mag so meine stadt gehen mit den springen ich bin nämlich so dass meine verlangsamung so eine abklingzeit habe also habe ich irgendwie noch jetzt habe ich in der lage wäre da den so kurzer zeit hier wieder voll aufzufüllen naja hat aber gewonnen hatten dt wacht wo hin das dt steht bestimmt für doppeltoten so da haben wir schon alles johann hält bald so dann hier mal erkundet der soll etwas irreführend wenn er da oben 95 bei dem zerstörten mond 100 prozent gesagt hat obwohl mir nur einige sachen gefehlt haben ich nehme an damit sie die karten erkundung wie gemeint soll hier fehlt nur irgendwas und zwar eine daten aber dass nur dieses kleine gebiet ne war vertreten na komm ich habe irgendwo finden na wie sieht man die fähigkeiten aus was wollte ich denn noch mal zwei schwertern zweit ging auf einen viel zwölf und schaden zu verdoppeln was aber wahrscheinlich auch macht ne ich habe das wäre nicht schlecht ne ich werde aber egal wie keller da aussieht also mit kurzen ahnen und so ne ich habe vollkommen anders aus bei mir kontrollierter wo also werfen ist natürlich immer bestellen werfen und weil nicht so warte mal bin ich jetzt überhaupt fahrverteilungslager fahrverteilungslager warum hat dieses gebiet so viel mehr ich nehme an weiter das erste gebiet waren so viel mehr teleport punkte zerstört und hatte voll weniger vergleich ja wo ist das letzte datenbacken da kann ich nicht durch gebiet ist nicht so groß von daher jetzt schon irgendwo sein dann auch hier habe ich gegen stimmt ja ich ging die die schwester kämpfene ja warte mal habe ich da wieder raus gar nicht nein also nicht da das chip der weg ist hat mir mal irgendwann gesagt ich habe mal ganz am anfang so ein datenbuch und datenbank eintrag verpasst jetzt bestimmt genau dahinter wenn ich ja runter werde ich dann auch screen suchen hier habe ich schon alles da habe ich schon alles von da bin ich gekommen ich bin eigentlich nur da ist was dann habe ich wieder zurück fühle ich nicht weil ich kann ja nicht bei einem schiff zurückgehen ja einmal wand hier unten ja mach ich schlinge ok jetzt auch mal alles aber ich muss ich sogar hinten man war bei der markierung noch einfach dadurch da bin ich da bin ich doch nicht ich denke ich kann das schon müsste ich glaube hier bin ich richtig nein ja so da ist natürlich auch jetzt mal wieder krisieren muss aber das gerade gerade so glaubt hat gesehen so macka ich erinnere mich wenn dahinter auch noch ein kursen ich kann man das speichern machen wir auf was habe ich dich jetzt kann nicht verfügbar ehrlich ich gehe mal einen respektvollen abstand hierhin abkürzung phasen hat naja was bist du denn wir machen wahrscheinlich mit einem schlagfertigen versorgt ja ich weiß nicht wie viel schaden er macht ok da ist er noch da geht er noch ein bisschen auf abstand gehen ich versuche mich ja hoch zwei mein gott der raum ist wie zu klein er kann es ja gar nicht kämpfen naja hat es voll merkwürdig zu kämpfen laut und ich habe kaum bewegen na wo bin ich jetzt schon wieder ein ausländischer landen warum sind wir so viele gegner alle drei zu kommen so ein nerviger ort hier hinzukommen wer den zu besiegen bringt es nicht ich muss das ding aktivieren ich wille gesehen wie da gezogen hat das ist auch mal was anderes aha ich habe gleich gedrückt man tut man macht schon viel nix bringen das spiel muss schon so ein bisschen mit mir zusammenarbeiten ich versuche hier macht schub gegen den einzusetzen bringt überhaupt nix und teleportieren dann haben wir zwei fabrik aber bitte daheim das ist schon wieder nicht richtig angezeigt doch da fleisch haben heute sehr viel mehr frust auf was ich mich eigentlich eingestellt habe wenn ich ganz ehrlich bin darum ist auch noch was sehe ich gerade irgendwie kann man da rein irgendwie kann man da rein ja wir kommen hier aus jetzt wieder allein einfach daran wird wow wach mich das da und auch da bringt schon mal noch nicht so ich mir vorstelle alter mein gott ist dieser raum ist zu klein ich wusste ich mutter von getroffen war mit dieser kam zu nervig ich habe dafür der sollte nicht so nervig sein oh mein gott ich kann euch den treffe ja schon wieder extra macht man funktioniert hat manchmal nicht es war wirklich da habe ich mir da keine erfahrungspunkte wenn man das soll ja meine erfahrungspunkte sein aber schon wieder meine erfahrungspunkte zurückbekommen wir sind ja auch das war geil sag ich jetzt mal erfahrungspunkte zurückbekommen ich glaube nämlich nicht doch auch schon da dem ist ja nichts gern ich bin mir ziemlich sicher aber neu so hier ist wieder ein sammelobjekt ich verpasst habe ich hingegangen damit ist immer noch hier war aber nicht schön angebringt ihr nicht um aber mein zurückgeschossen ab lassen so ich muss mich konzentrieren und zwei legendäre gegner erledigen aber mehr gesundheit einmal mehr dings bekommen ich hätte ein viel früher bekämpfen müssen so da unten muss ich hin naja aber da sterbe ich doch naja den bewegts weiter okay und sagt nicht da zeigen wie so aussieht werden auch unerkundet gewesen so mich aber gut da ging die ganze zeit überlebt hat in dem teil da ist ein blaster bolzen wir haben bolzen kugel holzen ist auch von schubakar so dann gehen wir hier haben wir alles haben wir alles 97 prozent nein ich gehe schon wieder in die falsche richtung hier fehlt mir irgendein sammlerobjekt da ist der truhe wie komme ich da hin ja ich sehe schon er muss ich hin da kommen wir hier hin durch die renovierungsstätte 4733 dabei wenn ich da muss ich mal irgendwie gucken wo ich die ganzen dinge noch finden von kurs dann könnte ich dir die doch hier suchen nicht so lang hinterher einschneiden so jetzt muss ich schon wieder her wo ich hier schon wieder hin muss wer so verzweigt alles so da hoch hoch irgendwo kann ich hier hoch hier kann ich hoch ich kann die paar wegel zu hauen haben ziemlich kollege da wissen sie sturm trug bleibt habe ich schaffe ich jetzt hier ohne probleme so ist das richtig da habe ich gedacht aber ich muss daran ja da muss ich von darüber okay wahrscheinlich auch voller umweg aber das einzige wie ich kenne und nun okay habe ich halt richtig ist oh boah haha ich hasse so eine 3d karte nein es bin ich ja wieder voll irgendwo landet wo ich gar nicht sein wollte mal ich bin wieder nach oben aus dem weg so gegen normale random sturmtuch irgendwie durchzuschnitten macht schon da weil sie mir ist noch nein ich wollte eigentlich erledigen renten jahre warum ich jetzt hier wieder hoch die spiele ich höre nur eine ich wollte nur die truhe haben machen ja ich will hier schon wieder so verkehrt da ist auch noch eine ne da warte man das auch und da geht es auch dahin darf warte mal hier hier verpasst über mir war ich nicht da oben ich habe ihn die truhe verpasst bitte wir sind sehr frühe dinge die hatte ich bestimmt schon viel früher erreichen können so ich habe immer noch nicht als 90 prozent da immer noch ein dächer jetzt mal wieder ein ding zu finden natürlich naja wir kommen jetzt dahin jetzt muss man eigentlich immer nur den weg und wohin folgende irgendwann kommt man sowieso wieder einen speicherpunkt vorbei aber da etwas geradeaus 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 ich wollte schon sagen wenn ich davon jetzt sterben jetzt hier oder naja gehen wir noch kurz zu den dächern da müssen wir eigentlich alles haben da werde ich mal versuchen die sammlerobjekte offscreen zu finden ist dann so reinzuschneiden wenn ich die gefunden habe vielleicht mal schauen ich versuche die allein zu finden wenn ich jetzt absolut nicht schaffe werde ich wahrscheinlich nachgucken aber ich werde versuchen ich werde jedenfalls versuchen die alleine zu suchen erst mal ich sehe wieder mit dem weg geschützt nein ehmals so weiter da runter gefallen mein gott mein gott kam ich dahin ja so dann ist hier anscheinend irgendwas habe ich noch nicht hin kann konnte manche irgendwie so zu erinnern ja da war irgendwo der tür genau genau vorgesehen ok 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 ja ich bin auch noch hier so ein ding ist da war dann auch noch konzentriert von allen sachen die jetzt noch hinten hinter sein können da halt ein moment ja wie entschuldige was junge ich schaffe kaum ein von denen zu erlegen soll ich gegen zwei kinden da wenn ich mal von den angeblich dauer getroffen werden natürlich noch schöner kann ich meine hypnose noch weiter irgendwie hochleveln nähne ich habe ich denn das schaffen hallo das ist auch unmöglich wo soll ich einfach nur überleben nähne ich muss die erledigen ja wie soll ich da ist nicht verklungen ich glaube das ist unmöglich na gut ja dann für tagen war das natürlich noch mal ne ich soll ich den doppelchen schaffen wir mal kurz gucken ja hier kann ich noch nicht sehen na gut ich mache mich dann auf den weg zurück zum moment ist ne und werde mich auf kurs sind noch mal umschauen na ja und suchen ob die dinger finde ja die letzten datenbank dinger damit weit abwesen soll ich haben wir müssen ja so oder so noch mal jetzt so kommen wir sind macht es von daher keine ahnung guck mal wie hat hier abläufe der sondert häuschen ich kann es immer noch nicht alles war ja ja ich habe keine ahnung wie man das machen sollen aber die person ist natürlich noch mal irgendwann vielleicht aber erstmal will ich sagen etwas für heute ist vorher geht es dann weiter und dann gucken wir mal weil ich kann man nach ich glaube kann akobo mal zurückkehren ich habe einige sachen in der bar und so erledigen da sind einer so zu kleinigkeiten immer machen können da kann man auch mal machen aber erst mal schaue ich mich auf kursen um zu gucken ob ich hier noch sachen finden perfekt gut ich mache ja neckerchen wäre vielleicht noch bisschen level näher um diese eins hier zu bekommen aber ansonsten sage ich dann dankeschön wieso schon ich hoffe euch hat dieser part gefallen wenn ihr hinterlasst doch bitte ein like ein abo und kommentar es würde mich voll freuen dann sehe ich euch in der nächsten folge wieder tschau